Ich glaube, der Name sagt schon alles, ein Traum. Wir sind gerade hier vor Ort und sehen Dinge, die ihr noch nicht seht. Aber ich hoffe, am 17. alle entdecken können mit viel Freude. Auf viele gute Kontakte, ganz neugierige Gastronomen, die wissen wollen, sind sie dabei, sind sie nominiert. Viel Erfahrung aus dem Netzwerk und viel Sinnigkeit, Freude und Spaß. Bis zum nächsten Mal.